Guten Morgen, 5.30 Uhr haben wir es. Ich bin in guten drei bis vier Kilometern an meinem Ziel. Es lief sehr gut hier heute Morgen. Es waren keine Staus oder so. Alles frei. Wie gesagt, noch recht früh. Wir gucken, wie es dann weiter geht später zu Hause. Das habe ich gestern Abend gesehen. Das steht schon bei uns auf dem Auto. Auf dem Platz steht der nächste Harvester. Ich glaube, da ist es noch eine Nummer größer. Auf jeden Fall hat er den Kran nicht hinter der Kabine, sondern der hat den Kran am Ende vom Fahrzeug. Na, ich glaube nicht. Vielleicht fehlt dir noch mein Kollege, weiß ich nicht. Als ich das Teil gestern Abend gesehen habe, habe ich direkt gedacht, schon wieder so ein Wachstum. Jetzt siehst du wieder gar nichts. So, jetzt auch noch knappe zwei Kilometer. Oh Gott, steil. Dann geht es irgendwo rechts ab in den Wald rein. Ich hoffe, dass ich den richtigen Punkt habe. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Vielen Dank. Vielen Dank. Ok, wir haben noch keine 7 Uhr. Wir haben noch keine Uhr. So, 400 Meter, dann bin ich an meinem Ziel, an den Arbeiten ziehen, ja doch, eigentlich schon. Da fahre ich zumindest raus hier. Da kommt ein Parkplatz vorne dran und dann... Da fahre ich rechts raus. Das hier, müsste hier sein, ja. Vorne. Da bin ich von der anderen Seite sowieso niemals durchgekommen. Toll, ne? Da fahre ich taste. Vielen Dank. Hier kommt irgendwann ein großer Parkplatz. Hier kommt 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 ein großer Parkplatz. Ich habe hier kein Geländer gesehen eben. Warum habe ich das gerade auch? Geländer war es nicht. Das ist eine rot-weiße Absperrung hier. Absperrband. Wie gesagt, ich bleibe jetzt einfach stehen. Und warte, ob ich hier richtig bin oder nicht. Kamera wieder soweit nach rechts gedreht. Naja, also ich bin hier richtig. Ich bin gerade am abhängen schon. Ich muss nur kurz warten, bis das Werkstattfahrzeug kommt. Wir müssen ja noch die Reifen montieren. Wenn die Reifen nicht montiert sind, kann der Kollege nicht runterfahren. So, ist er reich, jetzt ist er gleich gekommen. Ja, ich möchte mich, wenn ich wieder unterwegs bin. Ich habe leer. Ich habe wieder zusammengeschoben. Alles, das ist schweißtreibend heute Morgen. Richtig schwül. So, jetzt passt alles noch. Meine Lenkung freigeschaltet. So, die sieht so aus. Ja, habe ich. So, was ich jetzt mache, ich habe keine Ahnung. Heute Morgen hat übrigens unser neuer 956 im Hof gestanden. Noch auf dem Tieflader. Der ist heute Nacht gekommen. Ich werde jetzt versuchen, rechts rumzufahren. Wobei, ich könnte auch erst mal anrufen, wo ich jetzt hinfahre. Ah, naja. Aber ich kann es mir beinahe denken, was ich jetzt als nächstes machen darf. Ich denke, ich werde bei uns zu Hause den nächsten Harvester laden. Ich denke, ich werde mit den Koppelkommeln. Ich sage, jetzt mache ich noch die altro. Das war die ganze Zeit in der Koppelkommeln. Hier gibt überall die Straße nach hier, gut, wer weiß, wer weiß, wenn die Straße gebaut wurde. Ja, so. Schauen wir mal, ob ich hier rumkomme. Ob ich hier rechts herumkomme. Steht noch ein Schild, ne? Eigentlich denke ich nicht, dass ich hier fahren kann. Obwohl, hier ist sehr breit. Versuch macht klug. Oh, ich habe den halben Hang dabei. Danke. Ich habe den halben Hang dabei. Ach, schalte doch nicht jeden Gang. So. Also beladen komme ich hier mit Sicherheit nicht mehr runter. Aber ich denke, ich werde den Harvestern nicht mehr holen müssen. Geht davon aus, dass die Tieflade und der Firma dann in ein paar Wochen, dass der wieder repariert ist. Und dann werden die wahrscheinlich selbst fahren. Ich glaube, siehs. Da haben wir keine Fahrstellung. Rechts. 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 So jetzt, ich bin gerade in Neustadt an der Weinstrahl, unsere Baustelle sollte eigentlich den LH-26 laden, hat er das Werkzeug geladen, da wollte ich abkuppeln vorne der Hals, und das ging dann nicht mehr, wenn wir drei mal wie lange versucht, keine Chance, keine Chance, aber die Baustelle sehen wir nochmal, weil hier kommt eine größere Backe her. So. So. Ah, ich muss dringend wieder auf Fahrzeug marschen, ich hab jetzt schon innen drin kurz, stimmt und ich hab schon zwei Wochen lang nichts mehr gemacht. Kommen wir mal, ich hab jetzt einen Siedlerhof, hier soll wohl die Durchfahrt durch den neuen Kreis und fertig sein. Muss ich gleich zeigen. Oh ja, tatsächlich. Tatsächlich. Cool. Tatsächlich. Ist ja hart. Endlich wieder normal. Normal geht. Durchfahren. So, Mangebach, Weilerbach. Ich hoffe, dass ich richtig bin. Ja, passt schon. Warum macht man so... Was? Muss man nicht verstehen. Turbokreisel. Turbokreisel. Heißt das Teil. Die Fahrt ist aber doof gemacht. Ah ja. Asi. Oh ja. So. Du bist. Du bist. Du bist. Du bist. Wir sind zumachen. Wir sind jetzt zu Hause aus, aber gestiegen und wir sind. Wir sind. Das ist ganz, ganz wichtig. Noch. Wir sind. Wir sind. Wir sind. Wir sind. Wir sind. Wir sind. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 WDR Vielen Dank. 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 Ich weiß echt nicht, was ich noch machen soll damit. Na ja. Bleibt gesund. Habt Spaß. Haut rein. Bis dann. Tschüss. Tschüss.